Fangen wir mit einem Beziehungs-Update an! Jill Lange und Lars Maucher erzählen nämlich, was bei denen gerade los ist und dass sie sich doch nicht trennen wollen. Ja, Jill und ich haben uns am Schluss nicht mehr alles so gut verstanden. Wir hatten oft Streit, wir hatten Diskussionen. Und dann ist was passiert, weswegen ich komplett gesagt habe, es geht nicht mehr und nach Essen gefahren bin. Ich hoffe, wir halten dann unsere Beziehung fest, versuchen dann einen Neustart in NRW, weil hier unten bei mir im Dorf werden wir nicht mehr glücklich. Aber da müssen Lars uns jetzt einfach einen Weg finden. Ja, wir haben für uns entschieden, dass wir den Weg weiterführen. Genau, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir an uns arbeiten, an der Beziehung festhalten und wahrscheinlich auch Hilfe holen. Was heißt Hilfe holen? Die Paar-Therapie machen. Ja, ist absolut nicht schlimm. Für was gibt es Leute, die helfen können. Wir wollen das Ganze nicht wegschmeißen, sondern unsere Beziehung arbeiten und daran festhalten.